Hier Gude hier. Hier gestern war es der Hammer hier beim Promi-Pickbratter. Hier mit dem Fußball hier. Ich hab mich kaputt gelacht, wie die da umgemacht habe hier. Die waren ja da zusammen in so einem T-Shirt oder so. Immer zwei Leute da zusammen hier. Und der andere hat gerufen hier den Willi zum Beispiel. Hier geh nach links. Da laufen die links da rum. Hier irgendwo ne geh ich und der Ball ist rechts hier. Hier du. Ich hab mich krumm und schief gelacht hier du. Und dann haben sie laufen Fouls gehabt hier du. Fouls hier. Die konnte doch gar nichts sehen hier wo sie lang laufen hier. Ob die jetzt faule oder nicht. Das wusste die doch gar nicht. Die wusste doch nicht mal wo der Ball ist hier du. Aber der Willi der war knapp dran, dass der das geschafft hätte du. So knapp hier. Das gibt's gar nicht hier du. Und wie er da ausgerastet ist hier du. Rum gepultert hier du. Aber hier. Am besten waren ja die Spieler da du. Ach das war geil du du. Das hat mir gefallen hier. Das hätt ich. Das könnt ich heute noch mal gucken hier du. Das könnt ich noch mal so was machen. Das war ein super Spiel hier du. Also geil hier du. Und trotzdem haben die ersten wie Toren geschossen gell. Auch hier einmal da ein Williser Mannschaft da. Nur den Ball berührt. Haben gar nichts gemacht hier Tore. Hier Tore haben sie gehabt hier du. Also ich guck mir das heute Abend wieder an hier. Wenn ihr Bock habt ihr auch geh. Also es macht Spaß gell. Und so. Ja. Und äh. Und dann babbeln wir neue Weide hier. Bis dann hier Leute hier. Macht's gut hier. Bis dann hier. Tschö hier. Ja. Freie. Na ja.